Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Dragons Dogma. Wir haben in letzter Folge relativ viel mit Ausrüstung uns beschäftigt. Ich habe jetzt noch mal geschaut, was wir für, naja, Quests haben. Wir haben auch übrigens umgeskillt, ne? Also ich bin jetzt so ein Zweihand-Typ und Dialle ist jetzt die Erzmagierin. Wir können jetzt natürlich in den Hexenwald vordringen. Das wäre so das nächste oder den Grabenbruch. Das können wir aber, ich würde mal sagen, das machen wir irgendwann später, diesen Grabenbruch. Das Grimoire sollen wir suchen. Das hat Steffen, genau. Steffen bittet euch, das Salomé von, ne? Also das Grimoire zu finden. Wir haben natürlich, das sind jetzt alles so Sammelquests und wir müssen früher oder später in den Hexenwald. Tja, Hexenwald, wir können Paul vorerst Bericht erstatten. Kassades wäre das. Also das heißt, wir müssten dann wieder kurz zurück und wir müssen China halt auch noch aus dem Hexenwald holen. Das sind auch alles Sammelquests. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal nach Kassades, geben dort den Bericht ab. Das hätte ich gleich machen sollen, als ich aus dem Brunnen gekraxelt bin. Da wusste ich es aber allerdings noch nicht. Und dann würde ich sagen, wir holen uns China. China ran. Das soll dann in den Hexenwald aufbrechen. Ich würde gerne Zielkristalle schon mal an Kassades oder sowas aufstellen. Ich weiß nicht, ob der Reisestein, der bringt uns glaube ich nur nach Grand Soren. Reisestein benutzen. Tja, Grand Soren. Ach ne, der bringt das auch nach Kassades. Ja, dann auf. Juhu. Grand Soren und Kassades. Und dann halt, wenn ich halt irgendwo Zielkristalle platziere. Das ist gut zu wissen. Tada, da bin ich. Oh, boah. Boah, wenn ich jetzt aushole, ne? Das ist ja... Kannst ja nicht mal zusehen. Boah. Wie fies. Und das kleine Hexen. Ja, und Hasen auch. Heftige Sache. Gehen wir einfach mal rein. Oh Gott, es tut mir jetzt echt leid mit diesem Hasen. So, der Brunnen ist sauber. Ja, fällt mir ein, der Brunnen hat uns ja ganz schön weit nach Norden rausgeworfen, ne? Ja, aber der Brunnen ist sauber. Ja, ja, klar. Dieses britische Englisch, ne? Das macht richtig so... Honest. Das hast du wahrscheinlich schon bei deinem Schwur gesagt, ne? Und hast dich ja dann doch im... im Brunnen versteckt. So, Rift brauchen wir nicht. Was... Arkady, was ist denn los? Irgendwas hat sie zu sagen, aber... Valerie? Die ist richtig süß, die Valerie. Adaro? Oh. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist, Adaro. Mhm. Ja. Ach, die armen Kina. So, jetzt haben wir dem Paul natürlich schon Bescheid gesagt. Ähm... Aufträge. Der lockende Abgrund. Jetzt müssen wir mal... Kina raussuchen. Hier. Verloren und wiedergefunden. Äh, Karte. Wir haben jetzt, glaube ich, auch nichts zu tun hier in Kasades. Das kommt aber früher oder später. So, Umgebungskarte. Da sollen wir hier hin? Okay. Wahrscheinlich muss ich hier runterlaufen. Da muss ich jetzt eh nochmal den Strand lang. Ah, guck mal, da ist ein Zielkristall. Zielkristall. Habt ihr... Sieht ihr den? Da ist ein Zielkristall. Wo ist denn der bitte aufgestellt? Der steht irgendwo draußen, der Zielkristall. Den kann man eigentlich... Die kann man auch wieder mitnehmen, ne? Wieder einpacken und woanders hinstellen. Ähm, ich lass den natürlich hier in Kasades. Wir haben ja hier auch eine... eine Tafel. Ist das hier der Zielkristall? Zielkristall, Tatsache. Gleich fünf Stück. Shepard, brech dir mal viel raus. Kann man immer wieder gebrauchen. Na gut, dann müssen wir jetzt hier Tatsache nochmal die, äh, Straße hoch. Oh, da war schon wieder so ein Hase, ne? Hase. Da war ein Hase. Und ich hab schon wieder die blöde Laterne draußen gehabt, ne? Oh, Mann. Äh, Öl nachfüllen. Ja. Muss ja. Nachgefüllt. Jupp. Und bitte verwahren. Wir haben's ja jetzt nicht dunkel. Kann das Ding auch ruhig weg. Die Batterie macht wieder Sachen kaputt. Ach nö, nicht schon wieder die Goblins. Keine Goblins. Oh. Ah, da vorne ist das Lager ja schon. Da können wir jetzt auch, glaube ich, außen rumlaufen. Juhu. Da fällt mir auf, so als Krieger hat man auch mehr HP, ne? Das ist auch nicht schlecht. Äh, Schlappfeile. Ja, pff. Warum auch nicht? Hier haben wir noch diesen einen Zyklopen-Aschlangen. Mann, war das ein Vieh. Ich müsste vielleicht auch mal zum, zum, äh, Kaiser-Kanzler. Ist das Kanzler? Kanzler-Gern-Sauron? Weiß ich genau. Wir haben ihm ja jetzt eigentlich diese Hydra da schon hingepackt. Ja, da kamen wir ja raus. Das war hier dieser Brunnen, ne? Da ging's rein, da kamen wir raus. Eigentlich nur geradeaus zu. Ich hoffe, das ist ja auch wirklich richtig so. Ja, wir waren doch jetzt schon beim, bei Grynn-Sauron. Wir machen erst mal das mit Kina. Und dann gucken wir mal weiter. Oha. Ach, du Scheiße. Super. Super, wir euch jetzt, ähm, ja, heilt euch mal. Das war ja best of. Das, ähm, der Nachteil ist jetzt natürlich, dass ich mich nicht mehr heilen, also, nicht mehr heilen kann. Das muss jetzt immer Arkady machen. Und der eine Typ hat uns da diesen Felsen auf den Kopf geworfen, oder was? Was bist du denn für einer? Was kann ich denn noch? Es sind das schwere Angriffe, aber. Wow. Oh, krass. Oh, was hab ich denn hier gekriegt? Das ist irgendwas, war das Kälte? Ist das Kälte? Hey, hör mal auf da. Glitz. Ähm, was hab ich denn noch? Wiederhieb. Und. Bam. Oh, wie gut. Ich schleif einfach mal das Schwert zu dir. Das würde ich auch so teilen. Boah. Warte, jetzt, äh, aufwärtsziehen. Ich muss das noch alles lernen. Ah, das ist sowas. Lass mich doch mal in Ruhe kurz. So. Aha. Einfach mal geteilt. Oh, da ist er tot. Valerie. Das ist schlecht. Hä, komm. Aufstehen. Hau mal auf jetzt. Hau ab. Ach, der war schon halb tot. Was hab ich denn auf meinem zweiten Moveset? Äh, warte. Nichts. Ach, Valerie. Okay, ich bin auch gleich tot. Ihr müsst jetzt mal heilen, ihr Lieben, weil sonst ist ja auch Wus. Oh. Ja, dankeschön. Ähm, warte. Wilder Hieb. Jetzt halte ich das Ding. Warte. Komm. Okay, der macht schon was her. So, was ist mit dir hier oben? Ich hab jetzt ne brennende Klinge. Boah. Und nochmal. Zack. Seid ihr jetzt in Ordnung? Ich mein, wir haben jetzt auch nicht so viele Kräuter oder sowas bei, ne? Der hat auch noch ein bisschen Geld. Wahnsinn. Also, ist ne schwere Klasse, ne? Definitiv. Und ich glaub, der wird mir Spaß machen. So, hier ist auch noch was. Und wie ich einfach mal aushole und nix treffe hier. Ja, Valerie. Mach mal. Ihr könnt auch kaputt machen und ich sammle auf. Das geht auch. Da unten. Ne, ich weiß nicht, ob ich da hin will. Wir laufen erstmal hier weiter. Guck mal, da ist ne Burg. Ich weiß ja gar nicht, ob es hier überhaupt zum Hexenwald geht. Eigentlich schon. Müsste ja. Granzes. Karte von Granzes. Oh Gott. Ist das riesig, ne? Umgebungskarte. Und zwar... Äh, Liste öffnen. Kassades. Ich muss... Grabenbuch, Berghütte, Zielkristall. Das ist halt das, was ich schon kenne, ne? Äh, verloren und wiedergefunden. Ne, ist Tatsache da lang. Also, wir sind schon richtig. Oh, nee. Nicht schon wieder. Oh nein, das hat nicht gereicht, ne? Oh Gott, sind das viele. Warum seid ihr denn so viele? Ist ja unfassbar. Jetzt hab ich extra meinen wilden Hieb ausgepackt und der Pedder verschwindet einfach. Oha. Ja, das geht auch von der Seite. Erstmal die Bogenschützen hier. Yes. Laufbahn verbessert. Hier ist die Kisse. Uh. Lebt ihr da noch? Ja. Ach, das ist ja auch cool. In Luft, ne? So ein Luftschlag. Wow. Komm. Valerie, du musst dringend geheilt werden. Die hat zu wenig Lebensenergie. Warte. Ich hab noch ein paar Kräuter. Äh, grünlattig. Übergeben. Oh, jolle. Du hast ja auch schon so viele davon genommen. Äh, übergeben. Und, äh. Ups. Nicht kombinieren. Und, äh. Der Valerie geben wir auch nochmal drei Stück. So. Dann können sie sich ein bisschen, äh, hochheilen. Da benutzen sie es auch schon. Das ist okay. Dafür ist es ja da. Ich hab bloß nicht so viel von dem Zeug. Na, Freunde. Wuhu. Hahaha. Vor rein. Warte. Halt. Warte. Kann man gleich zwei. Ja. Das ist auch richtig gut. Hihi. Ich könnte mal ne Heilung vertragen. Oh. Feuer. Feuer ist gut. Oh nein. Jetzt wird's offen schon wieder dunkel, ne? Bam, bam. Stufe 13. Ich hab doch gerade bei dem Einkommen Stufe 12 gefließt. Oder war das die Lautbahn? Oh Gott. Warte, komm her. Du kennst ja auch sowas wie ein Heap. Oh, das war ja gar nichts. Ich hab aber... Da. Da ist der Feind. Ja, so ein Rundumstand geht ja auch. Und? Nochmal? Ja. Oh, oh. Oh, 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 oh. Arcadie? Ah, dankeschön. Irgendwer ist tot. Ja, Halle. Was machst du denn da? Oh, ihr beiden lebt noch. Alles klar. Jetzt nicht mehr. Boah, eigentlich, die hat Blitz, ne? Diese Arcadie. Die ist echt gut. Wer auch immer der Besitzer von Arcadie ist, du machst deinen Job gut. Besser als ich. Du kommst nicht mehr zum Schießen, mein Guter. Und? Zack. Der, als hätte er noch gewartet, ne? So, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Laterne hier anmachen. Mann, was für ein Fight. So, Laterne benutzen. Ah, jetzt hat... Stimmt. Ich hatte für Jahre doch so eine Pickaxe gekauft, aber habe ich sie schon wieder vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Oh, Wölfe. Aua. Ist jetzt ein bisschen schlecht gerade mit Fireworks, well. Wenn ich nichts habe. Ja. Komm mal her, Hund. Jetzt renn doch nicht weg. aufgespießt. Aufgespießt. Und nochmal aufgespießt. Oh Gott, sind das viele. Sie hat ja schon einen Pfeil im Kopf. Okay, die beiden kommen erstmal nicht wieder. Aua. Aua. Lass sie doch mal heilen. Aua. Äh. Ähm, Valerie hat Probleme. So. Aber es ist echt gut gegen mehrere zu kämpfen hier. Mit dem, mit dem Riesenschwert. Oh, sie hat so eine Brandpfeile, ne? Also die Valerie. Beide, ne? Valerie und Arkady. Beide sind richtig gut. Grün-Lattich. Oh Mann, wir brauchen mehr Heilung. Wir brauchen mehr Heilung. Ja, ne. Jetzt nicht. Kommt mal mit. Jetzt ist schon wieder Nacht geworden. Es wird viel zu schnell Nacht hier. In dem Spiel. Oh, Wölfe. Aua. Ja, natürlich. Oh, gleich so fette Viecher hier, ne? Geh in die Hand, gesessen. Ja. Zack. Okay, das war wirklich gut. Hat der noch was sagen lassen? Nee. Oh, dankeschön. Komm, stich nochmal zu. Ja. Oh, der ist auf. Zweimal zu stechen, tot. Nein, ihr lasst sie da zaubern. Kommt gar nicht hin, die Tüte. Uh. Mann, man wird hier aber auch überall angegriffen. So. Jetzt passt mal auf. Und zwar habe ich da noch da, nicht bei Materialien, sondern... Hier. Hier, so ein paar Früchte. Die könnte ich nämlich mal naschen. Äh, übergeben. Zum Beispiel der Valerie. Und Beasts... Äh, was? Beast Steak. Ach, das ist nur Ausdauer. Die große Nuss. Geringes Maß. An... An... An Leben. Dann gebe ich hier auch nochmal vier. So. Arcadie. Und Valerie, benutzt die Nuss. Ja, ein bisschen... Ein bisschen bringt's was. Ähm, nochmal kurz auf der Karte gucken. Ich verirre mich hier total, ne? Ich muss auf das Rote zu gehen. Ich finde es verwirrend, dass Blau noch an ist. Ich habe echt nur eine Quest aktiv, ne? Aber irgendwas ist das Blaue da. Oh, ne. Ich höre schon wieder Wölfe. Nein. Nein. Keine Wölfe. So. Bist du jetzt tot? Na, Gott sei Dank. Dankeschön. Mann, jolle. Du bist ja richtig philosophisch. Da unten brennt irgendwie Feuer. Ist das ein Lager? Okay. Ich sag ja, meistens kommt, ähm, sind die Informationen sehr, sehr gut. Die sagen auch immer irgendwas, ähm, was halt von Bedeutung ist. Oh. Ich glaube, wir haben den Hexenwald gefunden. Der Hexenwald. Ich habe sie erst gar nicht erkannt, ne? Weil die Haare so... Das... Akina, was machst du denn hier? Ja, ja, okay. Kina. Ach, sie heilt erst mal Kina. Das ist gut. Akidi. Sie achtet also auch auf unsere Begleitung. Ja. Sehr gut. Der Wald ist unglaublich gefährlich. Und, äh, sie bleibt jetzt an uns dran, ne? Ja. Kina, hoffentlich. Also der Wald ist extrem gefährlich und wir sind jetzt mitten in der Nacht, ne? Das ist irgendwie nicht so schick, besonders mit unserer kleinen Pippi-Stufe hier. Können wir ein paar Kräuterchen mitnehmen. Vielleicht bringt das auch irgendwas. Stur? Stur Spross? Mhm. Und die... Seht ihr unsere Karte unten? Die aktualisiert sich nicht. Das hat einen Grund. Ja, könnte mir vielleicht einer Feuer geben. Feuer! Komm, mach den Großen erst mal weg. Der ist tot, ne? Fuben! Ja, das ist den Einwolf da jetzt. Ne, hierher, hierher. Valerie! Ja, das hat einen Grund. Also die Karte ist halt hier verdeckt und, ähm, ihr seht da drüben dieses kleine... Seht ihr dieses kleine Nebelding da? Das sind so, ähm, Medaillons, die hier überall im, ähm, Wald aufgestellt sind. Und die verhindern das. Ähm, wir müssen die zerschlagen. Erst dann deckt sich die Karte auf. Na, komm her. Das ist echt gut, ne? Also die Klasse ist auch echt schick. Ich glaube, jede Klasse hat hier was, ähm, Positives wie Negatives. Jetzt bin ich natürlich keine Fernkampfklasse, sonst könnte ich dieses Ding da drüben einfach abschießen. Also muss ich da irgendwie hinkommen. Ah. Wir können's mal probieren. Ich hoffe, der Fluss ist jetzt nicht... Ähm, nö. Überhaupt gar nicht. Ja, okay, voll vorbei. Tada! Und unsere Karte ist da. Hat ja auch nicht lange gedauert, jetzt hier da mal drauf einzuschlagen. Jetzt sehen wir wenigstens etwas. Und ich höre was Großes. Das ist echt ungemütlich, ne? Ich wünschte mir, es wäre tagsüber. In diesem Wald ist das ungemütlich. Ja, schaut mal, da oben kann man irgendwie auch... Kannst... Kommt man ran? Ne. Und hier wird schon wieder der nächste Abschnitt verdeckt, ne? Also hier, auch hier ist wieder irgendwo so ein... so ein kleines Ding. Und da so ein Vogelnest. Wie soll man dann da an das Vogelnest kommen? Schnell noch was aussammeln? Ein Heilbrunnen. Oh, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Nicht holle, ich will gerade sammeln. Hier gibt's auch noch was? Ich meine, das gute hat's... Ich sehe das jetzt wahrscheinlich besser im Dunkeln. Was zur Hölle? Was machen die denn da? Die tanzen! Sind das Goblins? Die tanzen? Wir müssen halt China beschützen, ne? Pfiou! Haben wir doch... Haben wir doch was, Akadie? Oh, die haben dann Horn geblasen. Wow! Pfiou, pfiou! Pfiou! Wow! Das war gut! Und China geht's auch noch gut. Warte, ich stelle mich kurz dazu. So, aber ich glaube, ich war gar nicht verletzt. Ja, lass mich mal runter. Was ist das hier? Grünlattich. Seht ihr eins von diesen Medaillen vielleicht? Ne. Oh, dieser Wald ist auch sehr verwinkelt. Ja. Da ist eins. Das schlagen wir gleich mal weg. Boah, ne. Krass, wie... Wie diese Klasse hier abgeht. Juhu! So, das zerstören wir auch gleich. Ähm, na komm schon. Zerstören. Yep. Kleiner Reißzahn und... Ein bisschen Geld. Tausend. Na ja, aber immerhin. Wolfspelz. Bitte sag mir, dass das hier grünlattig ist. Ne, Sturspross. Da, wirksamer grünlattig. Der ist gut. Äh, jetzt haben wir auch die Karte frei. Und offen. Oh Gott, ist das, äh, riesig, ne? Ah, hier ist dann also der Wald. Ach, ich verstehe. Dann die detaillierte Karte nochmal. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Da hinten. Da hinten müssen wir hin. Oh, warte mal. Ich muss mich mal ganz kurz... Oh. Am Ohr kratzen. So. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie so lang. Also folgen wir jetzt diesem Pfad? Oder nicht? Ah, ich glaub schon. Irgendwo muss es denn rechts reingehen. Das wird dann hier sein. Rostiges Schwert. Na, ich weiß dann nicht, ob wir das gebrauchen können. Äh. Kommen wir da nicht hoch? Komm, sag mir, dass das geht. Äh. Ja, es geht. Und da ist auch noch eine Kiste. Kien sparen. Ja. Reicht somit. Und hier haben wir... Ah, Geldbeutel. Waren das jetzt echt nur 100? Mann, ey. Knausern aber auch. Oh, was sind das denn? Ja, okay. Ich weiß, was ihr für Viecher seid. Ich glaub, diese Viecher kann man nur mit Magie bekämpfen. Äh. Das heißt, ich hab keine Chance gegen die. Ich seh auch gar nicht, wo der Boden ist. Soll ich hier einfach runter? Doch, da ist der Boden. Na gut, komm. Oh. Also, ich kann denen jetzt keinen Schaden auszahlen, außer sie geben mir vielleicht ein Feuerschwert. Dann hab ich, äh... Wir werden besessen. Ich glaub, wir werden besessen von den Viechern. Ja, ich kann denen nur so viel schlagen, wie ich will. Oh, ich war auch besessen. Ja, nur Magie. Only Magie. Das ist jetzt natürlich eine richtig fiese Sache, weil ich ja... Hm. Nichts gegen die ausrichten kann. Ich bin besessen. Danke, Leute. Gib mir doch vielleicht mal ein Feuerschwert. Agni. Ja. Befreien kann ich sie auch noch. Also, bisschen Schaden, ne? Einer... Ne, zwei sind noch da. Oh, ich bin besessen. Hilf mir. Jetzt ist es bei Erkely. Ja, nicht bei mir. Ich würde mich... Mich würde mal interessieren, ob ich überhaupt ein bisschen Schaden mache. Und wie soll ich jemals an dieses Ding da rankommen? Da... Das frage ich mich ja jetzt wirklich. Ne, komme ich so nicht ran. Weil ich merke gerade, hier habe ich ja noch... Ach, das ist dieser Schwertknauf. Seht ihr mal, den habe ich ja auch noch. Oh, woop. Ich bin besessen. Hilf mir! Ich bin besessen. Ich bin besessen. Ich bin besessen. Ja, endlich. Jetzt habt ihr den. So. Und wir haben noch... Den Aufwärtshieb. Okay. Gut. Toxinium. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, ganz ruhig bleiben. Ja, ich komme halt nicht... Könnt ihr mal das Ding da oben einfach zerschießen? Wie sieht's aus? Ich werde das im Leben... Wie werde ich das nicht erreichen? Ich werde das nicht erreichen. Da sind doch welche. Kann ich den irgendwie bewusstlos klopfen? Na? Ja, das wäre gut. Gibst du mir. Dankeschön. Ihh, Spinnis! Boah, das sind Spinnen! Ihh, Fui, Bah, ah! Warum müssen's immer Spinnen sein? Tja, ich kann nichts gegen diese Medaille da ausrichten. Oh, nee, wir sollten hier nicht runterfallen. Kommt mal mit, ihr Lieben. Wupp. Ja, hier, hier geht's. Ah, und da ist schon das Häuschen. Ich glaube, wir sind angekommen. Ja, wahrscheinlich. Sieht das so aus. Südlanddost? Ja, no common rock ist gut. Ja, geh mal kurz aus dem Weg. Seht ihr das? Arme, Beine? Ne? Tja. Oh, die haben ja so einen richtigen Garten. Schön. Ist das nicht? Eine Möhre. Eine kleine Nuss. Noch mehr Möhren. Ja, warum doch nicht? Ich glaube, Heilung können wir, glaube ich, gerade ganz gut gebrauchen. Und wir haben hier auch noch ein paar Kräuter. Noch mehr. Was ist hier drin? Nichts. Doch, ein Ziegel war da. Wartet, hole ich. Nimm mich mit. Ich weiß eigentlich nicht, wofür man es gebrauchen kann. Ähm, da oben ist auch noch was. Ein Grünlattich. Ja. Ja, genau, den suche ich. Na gut. Oh, falsch. Ich will auf die Treppe. Ja. Hallo? Oh? A great and aged woman? Perhaps you might have seen her? The witch? You think grandmother? Your grandmother? Yes. Where might we find her? I would ask her aid in a dire matter. She is dead. She died. As all must. Oh. What of you then? Know you ought of the dragon? Can you read the worm speak? Gran told me. The faith knows. It cloaks the dragon. Cloaks the truth. Those who search for truth outside the faith are branded heretic. So... So your grandmother told you not of the dragon, that the faith might leave you be? Yes. Then it seems we must turn to the faith if we are to learn more. You have our thanks. We'll leave you in peace to return to our village. Oh, Kina. Ich glaube, Kina ist sehr geknickt. Dabei sucht ihr eigentlich nach einer Heilung für mich. Und von der Selene haben wir schon... Oh, Leute. Ihr seid wirklich... Das wandelt... Oh, ihr hört doch mal auf. Das ist der Hammer. Und von Selene haben wir auf jeden Fall auch schon gelesen, wir seien ihr... Da war irgendwas mit so Kräuterbieren, ne? Also können wir gerne nochmal schauen. Oh, ich seh schon, ich war wieder überladen, ne? Ähm... Aktuelle Aufträge, und zwar... Zyklopenspinnen... Äh... Grabenbruch? Nein. Kriegshörner... Medaillons... Hier. Gibt Selene Granseskraut, um Kräuterbier zu erhalten. Region Hexenwald. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Granseskraut mithabe. Ich hätte das... Hätte ich mal drauf achten sollen, ne? Hm, Selene. Nochmals? Wovon? Dafür, dass sie ja eigentlich Hexen im Wald sind, ist das hier alles doch relativ human, ne? Hier. Doch, wir haben... Südlandlos? Nein. Sie wollte Granseskraut. Scheiße. Ich hab kein Granseskraut da. Aber vielleicht, ähm... Kann ich irgendwann mal... Spitzhacke. Hey, da war eine Spitzhacke. Wir hatten jetzt... Spitzhacke. Mann. So, pass auf. Und zwar eine übergeben. Jolle. Ja, du wirst schuften müssen. Meine Gute. Arbeiteball. Oh, sie hat ja auch noch so einen Stab. Stimmt, Jolle hat ja auch noch gar keinen Stab, ne? Sie konnte ja die ganze Zeit mehr oder minder nur so ein bisschen hartnäckig mitkämpfen. Ähm, aber nicht wirklich zaubern, also. Aber anders ging's jetzt irgendwie nicht. Anders ging's nicht. Und da ist doch so eine Statue. Eine bronzende Statue. Wasser entnehmen. Ne, möchte ich nicht. Ah, Selene. Ich werde dir nochmal Granseskraut besorgen. Später. Irgendwann später. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was mit China ist. Mit China. Ja, natürlich. Das sowieso. Ich kenn mich ja hier nicht aus. Ich hab's ja nur geguckt. Heißt ja nicht, dass ich's kann. Oh, eine Kiste. Ein Schattenwolfbogen. Den ich leider nicht brauche. Ach, verdammt. Gib mir doch lieber was für den Magier. Also für den Erzmagier. China. Ach, jetzt läuft sie weg. Ach, man, Mädchen. Ich glaub, sie mag uns ein bisschen mehr. Als, äh, üblich. Ist nur ne Vermutung. China, jetzt lauf nicht in den Wald. Das macht's nun auch nicht besser. Oh, hier ist grünlattig. Oh, den muss ich mitnehmen. China, warte auf mich. Pilze. Nimm mich auch noch mit. So. Kommt, ich nehm jetzt auch noch die Kräuter. Ja. China, wo ist sie denn jetzt? Sie ist jetzt hier einfach reingelaufen, oder was? Das ist hier irgend so ein Kanal. Im Nirgendwo. Ja. Sie ist doch hier lang, oder nicht? Zwei. Ein Zweihänder. Yay. Aber das ist, glaub ich, den, den ich auch hab, ne? Zweihänder zur Ausrüstung. Es ist exakt der Mundo derselbe. Den hab ich mir gerade für teuer Geld, hab ich mir den gekauft. So ein Scheiß. Goblin! Ja, nix, Goblin. Wir müssen China finden. Aber das erst in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich mach jetzt Schluss für heute. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Part von Dragon's Dogma. Bis dann. Tschüss, tschüss. Mit Öl. Buh. Danke. Dschüss. Vielen Dank.